Und es geht weiter! Ihr seid wieder dabei! Ja, ihr seid wieder dabei! Bei den Smash Gamers! Okay, die neue Folge geht schon mal gut los. Ich bin noch unter und unter Tage, solange es dunkel ist. Ich will auch nur rausgehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, wollte ich auf die Suche nach Tieren gehen, damit wir endlich mal was zu fordern haben. Über die Nacht bin ich in der Höhle. Und in unserem Haus chillen, dass wir drei Creeper. Wie ich die dann rausbekommen, das werden wir dann sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll über die Nacht. Am liebsten würde ich schlafen gehen, hast du Wolle dabei? Naja. Hm. Ich craft mir erstmal noch schnell ein Schwert. Kannst ja schnell sein gern. Ja. Mit Level Form. Wenn ich sterbe, ich tue erstmal lieber meine paar Sachen weg. Ja, hab schon gemacht. Ich hab mir so eine kleine Base hier in der Unterirdisch. Unterirdisch. Errichtet. Das ist gut. Ich bin jetzt am Höhlen fahren. Oh, hallo Herr Creeper. Oh, hallo Herr Creeper. Oh, hallo Herr Creeper. Ich gehe fünf Kilometer von hier in der Ferne entlüft. Das macht man doch nicht, ey. Oh, hallo. Ein Creeper gekippt. Welches Alter hast du mittlerweile? Level 8, Level 9. Oh, hallo. Creeper und Skelett. Böse Mischung. Boah geil wie viel Eisen ich gerade finde. Das gefällt mir. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich muss weg. Wir müssen so mal Rüstung machen. Ich muss gerade fliehen hier. Wird abgeschossen, die ist nicht. Ja, ich hab eh nur ein Schwert dabei, aber... Das wäre nicht so schlimm. Aber ich glaube, ich bin unter einem... Ah, es wird wieder Tag. Weil hier ist... Erstens ist ja Sand und Sandstone. Dann nehme ich einfach mal mit ein bisschen Sand hier. Hast du den Chat überhaupt aktiviert? Ja, ich bin unter einem... Nein, anscheinend nicht. Weil ich gerade gestorben bin. Ach, war eh nur ein Schwert. Jetzt wird es eh wieder Tag. Aber die Zuschauer haben es gesehen. Ah. Da mach schon mal an. Äh, ich mach meine Oma an. So. Zeigen. So, dann können wir jetzt wieder die andere Shader reinhauen, weil der besser ist. Da hätte ich fast Eis nie gesehen. Aber ich hab's noch gesehen. Und es ist wieder Tag, aber ich bleib jetzt erstmal in der Höhe. Weil da kommt wieder bei mir das richtige Minenfieber raus. Das ist mein Fieber? Ja. Das ist nur... Formen, Formen, Formen. Ist doch schön, da haben wir dann schöne Rohstoffe. Ja. Ich mach auch irgendwann nochmal ne Höhlentour. So, aber erstmal nicht. Machst du das auch mit den Facken immer rechts ran? Ja. Ja, weil das sinnvoll ist. Das findet man immer schön zurück. Ja, Tipps gibt's ja. Tipps. Tipps und Tricks. Für das Überleben. In Minecraft. Oder in Dschungel. Oh, hier ist ja nicht wirklich Dschungel. So. Ich hör grad ein Skelett vorrecken. Hörte ich grad. Ah! Ein Schaf. Und ein Creeper. Ah, ist ja mal wieder klar. Don't die. Stirb! Ja, geh drauf. Was? Stirb oder geh drauf. Da ist ja schon mal ein Creeper rumgaunern. Und ein Skelett. Ah, krass. Aua! Das klingt einfach. Aua! Wie viel der Creeper aushält? Mit nem Steinschwert vier Hits. Ja, du gehst mir jetzt nicht auf die Eure. Du hast das Skelett, ey. Aua! Tschüss! Ich seh schon, du stirbst dabei. Na na ja, alles safe. Ich hab ja auch essen, also kann ich auch regenerieren. Und ich sammle fleißig Holz, um das Dach weiter zu vervollständigen. Und was wir jetzt gesehen haben, unser erstes Video hat schon 26 Aufrufe jetzt zu dem Zeitpunkt. Das ist echt cool. Ja, ihr seid die besten. Ihr seid cool. Und immer schön abonnieren. Du hessische Spinne, ey. Ich schieß mich doch nicht hier ans Wasser, das seh ich doch nicht. Kannst du doch nicht machen. Dann... Naja... Wir sind nicht Abo geil, aber... Einfach mit Abonnenten... Das... Keiner macht YouTube, um... Um kein Abonnent zu kriegen. Ja, es geht ja auch um den Leuten. Ja, dass die Leuten einem auch zugucken und gefallen. Ja. Dass den Leuten das gefährdet. Also wenn wir keine Abonnenten kriegen, dann... Macht es für uns ja auch dann keinen Spaß, irgendwelche anderen Leute zu beglücken. Naja... So viel gucken, dass er dann gar nicht... Ja, momentan noch nicht. Aber es könnte ja sein, dass wir noch etwas mehr kriegen, was... Schön wäre. So finde ich auch ganz okay. Aber ihr braucht es nicht Angst haben, dass wir... Wenn wir... Jetzt nach zwei Wochen keine drei Milliarden Abonnenten haben, dass wir dann aufhören. Ja... Weil das ist... Nein... Ja, aber... Wir machen schon weiter. Also immer schön dranbleiben. Es kommen auf jeden Fall immer schön viele Videos. Und... Wir können auch garantieren, dass dann für jeden Mal was dabei sein wird. Und falls euch die Videos halt nicht interessieren, dann... Guckt das halt nicht an. Ist ja kein vorgeschrieben. Ja... Ist ja wirklich üblich sinnlos. Ich gebe eigentlich fast nie einen Daumen runter. Ja... Ich eigentlich auch nicht. Wenn... Außer wenn das Video jetzt wirklich übster crap ist. Ja... Wenn es... Also wenn wir das Video jetzt persönlich nicht gefällt, dann gucke ich es... Dann gucke ich es einfach weiter an. Ja... Dann gebe ich weder einen Daumen hoch noch einen Daumen runter. Also ich muss persönlich sagen, ich gebe eigentlich auf... Nicht so oft einen Daumen nach oben. Ja... Ich muss... Ich muss schon noch ändern. Weil es eigentlich wichtig ist. Oh, hallo Herr Creeper. Sind dir nach unten gefallen? Hast du nun irgendwo Sand schon mal gesehen? Verbierst du das? Ja, ich hab... Also ich hab Sand im Inventar, aber... Ist jetzt noch nicht so sehr viel. Na, erstmal nur für Felder. Und ich muss dann mal ausleuchten hier noch. Und ich bin mal kurz weg, weil ich muss mal hier die Gardine zumachen. Weil hier scheint übelst die Sonne rein und übelst auf meine Hand. Und die ist übelst 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 warm. Die verbrennt schon fast so warm ist die. Oh, bis gleich. Die... Die ist schon am abfeilen. Die brennt schon fast. So heiß ist das dort. Bei dem... Im Zimmer. Im Aufnahmestudio. So, und ich bin hier noch weiter schön am... Am meinen. Die schönen Kohle und Eisen und alles. Kann man mich alles gebrauchen. So, ich bin drüber. Was hast du so erzählt, wo ich weg war? Das am meinen bin. Bestimmt irgendwas böse über mich. So. So sieht das schon mal ganz gut aus. Alter, was ist das? Das heißt, wenn du in Hüllen bist und dann ist so Wasser, kommt das von oben runter und du kannst es einfach nicht abstellen. Ich wollte gerade auch irgendwas sagen. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Man baut so ein Haus und dann sieht das einfach so aus wie jedes andere Haus. So ein Haus, was man immer baut. Einfach nur so viel... Na, kann man nicht beschreiben. Das ist irgendwie nichts besonderes. Ja. Das ist einfach nur so ein viereckiger Kasten mit einem Dach drauf. Aber es wird schon noch cool. Es werden schon noch coolere Sachen kommen. Das ist erstmal nur das Anfangshaus. Du musst erstmal unspektakulär anfangen. Ja, wir müssen ja erstmal aus unserer Höhle rauskommen da. Damit wir erstmal in unser geiles Haus ziehen können. Dort wird einfach das Zugmeingang entstehen in unserer Höhle. Jo. Könnt man natürlich auch eine Verbindung machen zum Haus, zum Strippeneingang. Zum Strippeneingang? Zum Strippeneingang. Zum Strippeneingang. Der wird gestrippt. Gestrummelt. Hm, geil. Meist du nicht das Strippern? Oder meinst du nicht das Strippern? Ich mein Trippern. Ohi. Welches Level 16? 15. Aber gleich 16. Der Kohle bekommt es einfach übelst schnell wie Level. Hm, ich weiß. Irgendwann machen wir hier mal noch eine Bootsfahrt, also ich. Es ist so viel Wasser, hier kann man mal eine Bootsfahrt machen. Das Ei, das wird hier das Bootshaus. Können wir hier noch so Stege ins Wasser machen? Der Hafen? Ja. Der Hafen? Ja. Na, das ist so, dass man nur das Bootshaus ist. Ein kleines Fischerhaus ist das so. Ja. Voll die coolen Ideen. Ja. Oh, ja. Oh, ein Zombie. Hallo. Ja. Man kriegt einfach so wenig Treppen. Man braucht so viel. Das wird ja immer weniger, dass zu hören man ist. Klick, 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 klick. Das muss man essen. Oh, ja. Schweinefleisch. Hm, lecker. Jetzt jetzt lecker. Hm. Ja. Richtig geil. Ja, sowohl aus in real life als auch im Spiel. Ja, ich hätte schon so lecker gegrilltes Fleisch. Jetzt hab ich Hunger. Oh, yeah. Ja, ja. Und ich glaube, nach dieser Aufnahme mach ich mir dann was zu essen. Und ich trinke erstmal kurz was. Einen Moment. Ich weiß schon wieder nicht wie lange die Aufnahme geht. Also ihr werdet jetzt bestimmt paar unregelmäßige Folgen kriegen. Die so ein bisschen unregelmäßig lang sind. Die eine ist mal länger, die andere mal kürzer. Wenn euch das nicht, wenn euch das nicht so stört. Also im besten Fall wird es für euch länger. Ja, und falls es euch nicht stört, dann schaltet einfach eine Minute früher ab. Also falls es euch stört, wenn es länger ist. Nö, würde ich schon nicht stören. Länger ist eigentlich schon immer besser für die. Also meistens. Weiß es ja nicht. Für die Zuschauer. Ja. Es gibt auch schon ein paar, die kürzere Videos bevorzugen. Also ich persönlich. So Videos, die eine Stunde gehen, guck ich mir an. Nein, das wird hier ja auch keine Stunde lang. Ja. Eine halbe ist das höchste der Gefühle. Das ist schon richtig. Weil nach einer Stunde wird es so langweilig. Ja. Bald kommt Watch Dogs, freu ich mich schon. Kommst du bald wieder zurück? Zurück? Nö, ich bin noch unterwegs. Eigentlich wollte ich heute mitbauen, aber die Wege haben sich dann doch anders dafür geschlossen. Ein bisschen wächst hier schon den Weizen. Ah, das ist Eis. Jetzt kann ich mir wieder ein Brot machen. Es reicht immer so gerade noch, um so einen Tag noch weiter zu überleben. Tag 4. Immer noch haben wir kein Essen. Ne, wir sind ja schon mittlerweile Tag 6. Na, das ist Tag. Tag 6. Ach ja, stimmt, Tag. Ja, für die Zuschauer. Aber in Minecraft, ne? Tag 6. Was? Was ist das denn hier? Was ist denn das denn hier? Was ist denn das denn hier? Was ist denn das denn hier? Ist da so ein Loch drin und da ist Wasser. Und es fließt dann nicht durch. Was so? Das sieht lustig aus. Vorhin habe ich letztens so ein Video gesehen. Bist du hier in der Nähe? Habe ich letztens so ein Video gesehen. Da ist so ein Typ, der stellt irgendwie so ein Glas Wasser auf so einen Karton. Dann zieht er den Karton weg. Dann steht das Glas Wasser umgedreht auf dem Tisch. Hm? Da ist Wasser drin. Und dann nimmt er das Wasser, äh, dann nimmt er das Glas weg. Und dann das Wasser, das ist, das steht da auch noch so da. In Form des Glases. Was? Ja, muss ich dir auch mal zeigen. Das ist übrigens komisch. Ich glaube aber nicht, dass es geht. Weil das Wasser, ja, eigentlich muss es ja weg. Das werde ich jetzt sagen, wegverflüssigen. Das ist bestimmt so ein Zaubertrick gewesen. Wahrscheinlich schon in Blas dann irgend so was, so was drin, dass das dann fester macht. So hat irgendwie so. Ne, das ist dann, da ist, da ist dann hingegangen und dann ist es wieder, hat er seine Hand so drüber gemacht und dann ist es wieder flüssig geworden. Richtig komisch. Aber! Nimm ich doch jetzt ne von hinten, du hessisch auch Zombie. Das mag ich nicht. Oh oh, Creeper Alarm. Creeper Alarm, komm mit hier ins Wasser, da ist es safe. Komm mit. Gehen wir mal eine nächtliche Runde planschen, ja. Okay. Zusammen. Du und ich. Herzmann. Du und ich. Ach nee, Creeper. Gehen wir zusammen in den Pool. So, er hat jetzt hier das ganze Weizen weggefickt. Äh, gefickt. Gefickt. Was ist das Weizen weggefickt? Anscheinend. Ah! Oh ne. Alter, der hässliche Scheiß Creeper, alter. Aber ich wissen noch wo es ist. Vielleicht kriege ich es noch für eines nicht spawnen. Alter. Kommt, der auf einmal zu hinten explodiert und schießt mich die Klippe runter. Alter. Und das ist sowas ist dann nicht auf Aufnahme. Ja. Nein. Oh fuck. Jetzt ist hier auch nur so ein Creeper. Die Creeper gehen am meisten auf die Eier, oder? Ja. Das ist echt schlimm. Und dann werde ich das mal kurz repairen hier. Mach ich mir mal. Lass mal bis jetzt zu Hause wieder. Ne, ich bin schon wieder los. Oh. Hätte man es mal pennen können. Ja. Pen. Brauch ich keine Sache. So. Das sind die ganze Zeit Creeper hier. Ich muss erst mal wieder das finden. Mach ich mir mal schnell eine Eisenschaukel hier. Hier war ich von uns. Das weiß ich. Die ganze Monster gehen wir jetzt auf die Eier. Hups, das war mir so gut. So. Dann füllen wir das mal schnell wieder aus. Wie lange dauert das bis das Items gespawnt? Zehn Minuten so. Na, das glaube ich. Der hat jetzt. Warte und ich gehe erst mal kurz wieder in. An die Endposition hier. Und dann würde ich sagen, diese Folge ist schon wieder zu Ende. Geht eigentlich schon relativ schnell vorbei in die Zeit. Ja. Na dann. Na dann. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Daumen hoch. Abonnieren. Favorisieren. Wenn ihr Bock habt. Aber nur wenn ihr Bock habt. Bock. Bock habt. Teilen. Und auf Twitter und Facebook. Und alle Links in der Beschreibung. Und den alten Freunden zeigen. Und dann bis zum nächsten Mal.